Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich will nicht. Was ist denn das für ein Vollpfosten? Nein, ich bleibe lieber hier. Ich, ähm... Sie bleibt lieber hier, hast du nicht gehört? Was mischst du dich da ein? Geht's noch? In der heiligen Johanna steckt ein echter Partyhase. Du beeindruckst mich gar nicht. So ein Scheiß! Hör zu, ich... Hör zu, ich... Hallo? Hört mich jemand? Brauchst du mich? Nein, nein. Alles in Ordnung. Umso besser. Bis später dann. Na gut, Zach. Kannst du mir helfen? Ich hab einen Jungen kennengelernt. Der hat mir ein bisschen den Kopf verdreht. Ich glaube, ich bin verliebt. Schau ihn tief in die Augen. Aber es macht mir Angst. Ich weiß. Wie sehr liebst du mich? Ich liebe dich bis zu den Sternen. Weißt du, was du ohne das Geld deines Vaters wärst? Du wärst ein Nichts ohne mich. Du wolltest dich für mich ändern. Ich hab die Korte so weit. Entschuldige, dass ich dich enttäusche. Na, was soll's schon sein? Ich war krank. Was hast du für'n Ton am Lein? Sarah Poulson. Neun von zwanzig. Da musst du noch ein bisschen arbeiten, aber schnell. Du hattest viele Mädchen, viele Abenteuer. Aber ich wollte vor dir keinen anderen. Ich wollte dich. Da gab es bei mir nie Zweifel. Ich wollte dich. Ich war krank. Dass ich dich schuli. We're along the way.